Beginnen Sie Ihren Tag mit einem erfrischenden Glas Wasser auf nüchternen Magen. Das mag unschuldig erscheinen, aber stellen Sie sich die potenziellen Risiken vor, die das mit sich bringen könnte. Diese scheinbar harmlose Angewohnheit könnte Sie nämlich möglicherweise schädlichen Bakterien aussetzen. Seien Sie versichert, dass es einen einfachen und zuverlässigen Weg gibt, um die unglaublichen Vorteile dieser morgendlichen Routine ohne mögliche Nachteile zu nutzen. Wenn Sie diese drei wesentlichen Schritte befolgen, werden Sie aus erster Hand erfahren, welche unglaubliche Wirkung diese Gewohnheit haben kann. Probieren Sie es nur eine Woche lang aus und machen Sie sich bereit, erstaunliche Ergebnisse zu sehen. Bevor wir uns diesen überraschenden Enthüllungen widmen, sollten Sie auf jeden Fall den Abonnieren- und Gefällt-mir-Button drücken, wenn Sie es nicht schon getan haben. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dieses Video mit Ihren Lieben zu teilen, damit Sie von wichtigen Gesundheitsinformationen profitieren können. Ich bin bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern, die das Potenzial haben, Ihr Leben maßgeblich zu beeinflussen. Nun, lassen Sie uns gleich loslegen. Wir alle wissen, wie gut es für unsere Gesundheit ist, den Tag mit einem Glas Wasser zu beginnen. Es ist jedoch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass diese scheinbar einfache Gewohnheit auch Ihre Risiken haben kann. Wasser ist absolut lebensnotwendig und besteht zu etwa 70% aus unserem Körper. Jeder Rückgang des Wasserhaushalts kann erhebliche Folgen haben. Schon ein geringer Flüssigkeitsverlust kann zu Orientierungslosigkeit führen, während ein erheblicher Verlust fatale Folgen haben kann. Wasser ist von entscheidender Bedeutung für den Entgiftungsprozess, die Förderung des Stoffwechsels und das reibungslose Funktionieren aller Körpervorgänge. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, die erstaunlichen Vorteile und potenziellen Risiken Ihres täglichen Glases Wasser zu entdecken. Außerdem verliert unser Körper morgens auf natürliche Weise durch Schwitzen und Stoffwechselprozesse Wasser, was zu einer Dehydrierung führen kann. Infolge dieses Prozesses wird das Blut dick und klebrig, was zu einer Erhöhung seiner Viskosität führt. Das Trinken von Wasser in diesem Zustand kann dazu beitragen, die Blutviskosität zu senken, was das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen verringern kann. Der Flüssigkeitszufuhr sollte oberste Priorität eingeräumt werden und den Tag mit einem erfrischenden Glas Wasser zu beginnen, kann eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass dieses Morgenwasser mit Vorsicht genossen werden sollte. Gehen wir auf drei wichtige Punkte ein, die Sie sich merken sollten. Vor dem Trinken ist es wichtig, den Mund zu reinigen. Es ist wichtig, sich über die Bedeutung dieses Punktes klar zu werden, denn wenn Sie aufwachen, ist Ihr Mund voller Bakterien. Es ist wichtig, den Mund nach dem Trinken von Wasser auszuspülen, um die Aufnahme von Bakterien zu vermeiden, die Ihre Gesundheit beeinträchtigen könnten. Auch wenn Sie sich vor dem Schlafen gehen, die Zähne putzen, können sich über Nacht aufgrund von Stoffwechselvorgängen Bakterien im Mund ansammeln. Darüber hinaus bildet die feuchte und warme Umgebung in Ihrem Mund über Nacht den perfekten Nährboden für Bakterien, um zu gedeihen. Sind Sie neugierig auf die effektivste Methode, um morgens auf nüchternen Magen ein belebendes Glas Wasser zu trinken? Es wird empfohlen, den Mund mit Wasser auszuspülen, bevor man einen Schluck trinkt. Warum ändern Sie nicht Ihre Zahnpflegeroutine, indem Sie statt des üblichen Zähneputzens mit Wasser gurgeln? Mit dieser einfachen Methode können Sie einen Großteil der Bakterien, die sich während des Schlafs in Ihrem Mund gebildet haben, effektiv loswerden. Hey, pass mal auf! Manche Leute benutzen morgens Mundwasser, anstatt sich die Zähne zu putzen. Die Verwendung von Mundwasser am Morgen ist nicht unbedingt ideal, da der Mund über Nacht trocken werden kann, wodurch das Mundwasser an der Mundschleimhaut haften bleibt. Bessere Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie ein paar Mal mit Wasser gurgeln, bevor Sie morgens auf nüchternen Magen ein Glas trinken. Wasser ist mehr als genug. Wenn Ihnen das Gurgeln zu lästig ist, kann das Ausspucken des Speichels nach dem Aufwachen eine einfache und ansprechende Alternative sein. Außerdem ist es ratsam, lauwarmes Wasser zu trinken. Es wird empfohlen, morgens auf nüchternen Magen kein heißes oder kaltes Wasser zu trinken. Ich mag lauwarmes, stilles Wasser sehr gerne. Es ist so erfrischend und befriedigend. Wenn die Menschen aufwachen, beginnen sie ihren Tag oft mit einem kühlen Glas Wasser, um sich zu erfrischen und zu hydrieren. Für manche ist ein erfrischendes Glas kaltes Wasser mit Kohlensäure der perfekte Start in den Tag, um Energie zu tanken. In Zukunft sollten Sie davon absehen. Wenn man morgens auf nüchternen Magen kaltes Wasser und sogar Sprudel trinkt, kann dies das vegetative Nervensystem beeinflussen, was sich, möglicherweise, auf das Herz auswirken kann. Anstatt die Blutzirkulation zu fördern, kann es sogar das Gegenteil bewirken und Herzrhythmusstörungen wie Arrhythmie verursachen. Und haben Sie schon einmal ein plötzliches Stechen in den Zähnen verspürt, während Sie einen köstlichen Bissen kaltes Eis oder Sorbet genossen haben, dieses Gefühl kann sogar durch kaltes Wasser ausgelöst werden. Wenn Sie Ihre Zähne extremen Temperaturen aussetzen, kann das für Zähne und Zahnfleisch sehr unangenehm und belastend sein. Kaltes Wasser kann dazu führen, dass sich der Zahnschmelz und das Dentin der Zähne ausdehnen, was zu Rissen in den Zähnen führen kann. Viele Ärzte empfehlen, den Mund beim Zähneputzen mit lauwarmem Wasser auszuspülen. Das ist eine einfache und wirksame Methode, die einen großen Unterschied machen kann. Achten Sie darauf, Ihre Zähne morgens mit lauwarmem Wasser zu spülen, denn sie gelten als eine der fünf Segnungen. Die ideale Temperatur für das Wohlbefinden liegt bei etwa 30 Grad Celsius, also nur knapp unter der Körpertemperatur. Außerdem kann das Trinken von kaltem oder heißem Wasser Ihre Energiereserven am Morgen aufbrauchen, da Ihr Körper daran arbeitet, seine Temperatur zu halten. Mit zunehmendem Alter sinkt unser Grundumsatz natürlich ab. Wussten Sie, dass kaltes Wasser einen ziemlich großen Einfluss auf Ihren Körper haben kann? Es kann Ihre Körpertemperatur durcheinander bringen, die Durchblutung Ihres Magens verlangsamen und sogar Ihre Verdauungssekretion beeinträchtigen. Den Tag, mit einem erfrischenden Glas lauwarmen Wassers zu beginnen, kann Wunder für den Blutkreislauf, den Stoffwechsel und das Energieniveau bewirken. Und nun zum letzten Schritt. Vergessen Sie nicht, langsam Wasser zu trinken, wenn Ihr Magen morgens leer ist. Viele Menschen neigen dazu, schnell Wasser zu trinken, wenn sie Durst verspüren, weil sie in der Nacht durch Schwitzen oder Atmen eine große Menge Wasser verlieren. Dies kann jedoch eine erhebliche Gefahr darstellen. Nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie Ihr morgendliches Wasser, indem Sie es langsam trinken. Bei schnellem Wasserkonsum ist Vorsicht geboten. Vor allem, wenn Sie eine Vorgeschichte mit hohem Blutdruck oder Hirnschäden wie Aneurysmen oder Blutungen haben. Ein Faktor, der dazu beiträgt, ist der plötzliche Anstieg des Blutflusses zum Gehirn oder zum Herzen, der dazu führen kann, dass Blutgefäße platzen oder reißen, was zu schweren Komplikationen führen kann. Außerdem kann eine rasche Zunahme der Körperflüssigkeit zu starken Kopfschmerzen führen. Wenn Sie in kurzer Zeit übermäßig viel Wasser zu sich nehmen, kann das empfindliche Gleichgewicht von Salz und Wasser in Ihren Zellen gestört werden. Die Zellen können anschwellen, was zu einem erhöhten Druck im Schädel führt. Infolgedessen kann es zu Kopfschmerzen und Atembeschwerden kommen. Ein unzureichender Elektrolythaushalt kann zu Muskelkrämpfen und einem Gefühl der Unausgeglichenheit im Körper führen. Das langsame Trinken von Wasser über einen Zeitraum von etwa 5 Minuten ist für Ihre Sicherheit entscheidend. In letzter Zeit hat das Interesse an der Darmgesundheit zugenommen, da man davon ausgeht, dass sich ein gesunder Darm positiv auf die Gesundheit des Gehirns und das allgemeine geistige Wohlbefinden auswirken und das Risiko einer Demenzerkrankung verringern kann. In der Tat spielt der Darm eine entscheidende Rolle und wird oft als zweites Gehirn bezeichnet. Wussten Sie, dass dieses erstaunliche Organ satte 70% der Immunzellen unseres Körpers beherbergt? Und nicht nur das, er spielt auch eine wichtige Rolle bei der Produktion einer Vielzahl von Hormonen. Die Gesundheit unseres Darms ist von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt auf unser körperliches und geistiges Wohlbefinden auswirkt. Hier noch eine weitere interessante Tatsache, die Sie vielleicht nicht kennen. Der Darm spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausschüttung von Serotonin, einem Hormon, das eine wichtige Rolle bei der Förderung des Glücksgefühls spielt. Dies unterstreicht die Bedeutung des Darms für unsere allgemeine Gesundheit. Den Tag, mit einem belebenden Glas Wasser auf nüchternen Magen zu beginnen, ist eine hervorragende Methode zur Unterstützung eines gesunden Darms. Dadurch wird der gastrokolische Reflex ausgelöst, was die Darmbewegung fördert und die Wirksamkeit von Produkten wie Probiotika erhöht. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über die empfohlene Wassermenge für eine gute Gesundheit zu erfahren, haben Sie vielleicht ein paar Fragen. Es wird empfohlen, jeden Tag einige Liter Wasser zu trinken oder vier Gläser am Morgen. Lassen Sie mich ein kleines Geheimnis verraten. Der Wert der Zahl ist nicht wirklich wichtig. Es ist wirklich einfach, hydriert zu bleiben, indem man einfach Wasser trinkt, wenn man Durst verspürt. Es ist erwähnenswert, dass es riskant sein kann, zu viel Wasser zu trinken, vor allem für Menschen mit Nierenproblemen oder die sich einer Dialyse unterziehen. Flüssigkeitsansammlungen können zu Schwellungen führen und das Atmen erschweren. Bei Diabetikern kann der Verzehr großer Wassermengen zu einem Sättigungsgefühl und einer Appetitminderung führen, was wiederum einen niedrigen Blutzuckerspiegel zur Folge haben kann. Außerdem können sich Menschen, die unter saurem Reflux leiden oder einen empfindlichen Magen haben, durch übermäßigen Wasserkonsum unwohl fühlen, da sich das Ventil zwischen Magen und Speiseröhre häufiger öffnen kann. Es wird empfohlen, Wasser in moderaten Mengen zu trinken und sich auf ein Glas zu beschränken. Untertitelung des ZDF, der in der Earrech wird empfohlen, Jerusalem wird Untertitelung des ZDF, 2020